Und damit herzlich willkommen bei Spielzeugjäger. Ich bin der Martin. Ich bin He-Man. Was? Nein. Nochmal? Ja. Und damit herzlich willkommen bei Spielzeugjäger. Ich bin der Martin. Ich wollte Skeletor sagen, aber es wäre auch nicht richtig. Richtig? Okay. Und damit herzlich willkommen bei Spielzeugjäger. Ich bin der Martin. Ich bin der Alex. Freunde, an dieser Stelle wollen wir einen kleinen Nachtrag zur Los Amigos 2022 beisteuern. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, wird das jetzt ein richtiges Review zur Con? Waren die Jungs da? Ja, wir waren da. Haben wir dort gedreht? Nein. Warum nicht? Denn viele andere werden es getan haben. Das erste oder eine oder das eine oder andere Video ist ja auch schon hier in den Äther geworfen worden. Grüße gehen raus an den Bürgermeister. Und wir werden kein solches Video beisteuern. Und das, warum, das wollen wir euch jetzt erklären. Martin, warum haben wir nicht gedreht bei der Los Amigos? Was war dieses Mal so besonders? Davon abgesehen, dass es Los Amigos war. Genau. Also die Los Amigos war ja das Besonderes, weil He-Man 40 geworden ist. Man sieht es ihm nicht an. Genau. Aber Skeletor sieht ganz an. Und der Alex, es steht kurz davor. Der hat nämlich am gleichen Tag Geburtstag gehabt. Und um seinen Geburtstag zu feiern, haben wir gedacht, wir sind einfach mal Gast auf dieser Convention und erleben sie einfach als Gast. Und ja, deswegen sind wir da hingefahren und sind als, nicht als YouTuber in dem Sinne hingefahren, um das alles zu filmen, sondern einfach als Gäste, um da die ganze Sache zu bestaunen und deinen Geburtstag zu feiern. Genau. Hast du eine Menge Leute eingeladen? Zwangsläufig, ja, weil wir auf der Los Amigos waren. Aber das Schöne war, dadurch, dass wir nicht Zeit mit dem Drehen zugebracht haben, konnten wir wirklich ausgiebig mit dem einen oder anderen von euch mal wirklich auf Tuchfühlung gehen, einander kennenlernen, ein bisschen Smalltalk betreiben. Was übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Absolut. Und wir konnten auch fachsimpeln. Grüße gehen raus an den Ultimate Player, weil mit ihm habe ich echt gut mal ausgiebig über Wrestling quatschen können. Ich habe da daneben gesessen wie ein kleiner Schuljunge und habe nur zugehört, wie die beiden sich die Sachen da hin und her geworfen hatten. Also es war eine kontroverse Diskussion. Die ist dann auch noch in andere Themen ausgeartet. Ja, es war einfach nett. Genau. Es war einfach ein schönes Gespräch oder viele Gesprächsthemen, die wir da hatten. Es war der Clown. Es war der Clown. Auf jeden Fall ein dufter Typ. Der Ultimate Player, wenn ihr ihn noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal aus. Auch er macht viele gute Beiträge zum Thema Toys und Toyhunting. Und Grüße gehen auf jeden Fall auch raus an einen Mann, der an diesem Tag doch wirklich Eindruck hinterlassen hat. Nicht nur in seiner Größe, sondern auch in seinem Erfolg. Der gute Steve, der hat nämlich das Road Ripper Rennen gewonnen. Die haben ja gesagt, das Road Tripper Rennen. Ich weiß gar nicht, ob das Road Tripper hieß. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass es Road Tripper hieß, sondern Road Ripper eben wie das Fahrzeug, mit dem dort ja auch dieses Rennen bestritten wurde. Und er hat diesen Pokal gewonnen. Und der gute Steve ist einer unserer Zuschauer. Und er war so lieb, hat uns angesprochen, was wir echt super, super nett von ihm fanden. Und dann haben wir uns einfach auch viel ausgetauscht. Natürlich ging es da primär um die Moto Classics. Und er hat auch echt viele sehr beeindruckende Figuren, die auch mittlerweile schon ganz schön was wert sind. Und er hat uns auch ein paar Fotos gezeigt aus seiner Sammlung, die er da zu Hause schön präsentiert hat. Wir durften sogar seinen Chef kennenlernen. Genau, seinen Trainer für das Rennen. Ich sag nur McFarlane-Toys-Figuren. Ansonsten konnten wir den guten Jan kennenlernen. Falls ihr euch fragt, wer das ist. Der Jan ist jetzt an sich kein YouTuber, aber er hat den guten Andi von Strongvision an diesem Tag zu Los Amigos Big Jim-Toys-Figuren vorbeigebracht. Und das Schöne ist, er kommt ja aus dem Westerwald und er war dort auf dem Trödelmarkt gewesen. Und diese Big Jim-Toys sind ehemals Spielzeuge gewesen vom Uwe von den Ludolfs. Das heißt, diese Figuren haben einen prominenten Vorbesitzer. Und das ist natürlich echt eine nette Geschichte gewesen. Ich denke auch, dass der Andi darauf nochmal eingehen wird, wenn er eben diese Figuren an den Mann bringen wird. Und genau, mit dem Jan haben wir uns auch sehr, sehr viel ausgetauscht. Dann haben wir noch den guten Daniel getroffen. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Berlin. Du warst ja auch zugegen gewesen und wir durften sogar, also da habe ich mich echt geehrt gefühlt, auf deiner Sonderedition von dem Doppelpark He-Mens-Geletur durften wir mit unterschreiben. Das ist übrigens auch eine sehr coole Idee. Definitiv. Er hat ja da ganz viele Leute unterschreiben lassen, einfach um die Erinnerung an die Los Amigos nochmal zu verstärken. Und bei mir hast du sowieso ein Stein im Brett, weil ich dir die zwei fehlenden Filmstreifen für meine Nordor-Stationen verdanke, die ich ja beim guten Andi von Strongvision gekauft hatte. Haben wir jetzt alle genannt, mit denen wir uns so ausgiebig unterhalten hatten? Na gut, klar. Andi, sowieso. Andi, ey. Geiles Zeug nochmal, was du an dem Tag gekauft hast. Denn der gute Andi hat uns die Seitenschiebetür von seinem Transporter geöffnet und hat uns exklusiv Einblicke gewährt in das, was er an dem Tag da alles bekommen hat. Zeig dein Zeug, hat er gesagt. Zeig dein Zeug. Highlight für dich waren ja, ich sag nur Playmates. Sag's. Was gab es beim Andi? Dark wie ein Duck-Figuren. Also im Transporter, die werden demnächst erst noch online gehen. Und da wird dann auch Martin wissen, was die denn dann kosten sollen. Die waren alle anpuncht. Genau, ich hoffe mal, dass der Andi sich daran erinnert, die zwei Figuren, an die ich Interesse habe. Und von der Firma Hasbro hatte der Andi an dem Tag auch diese schöne Conan-Toyline da. Das waren ja die etwas größeren Figuren. Viele mögen sie nicht. Du findest sie immer sehr, sehr billig. Für dich sehen die aus wie Bootlegs. Ich mochte sie, weil die Zeichentrickserie auch sehr, sehr schön war. Und mir fehlt noch der Rathamon. Ich möchte Conan haben, den habe ich bereits. Oder wollte ihn haben. Und mir fehlt noch der Schlangenzauberer. Und der Andi hatte ihn in dem Transporter. Deswegen, Andi, wenn du das siehst, denk an mich, wenn du den Preis kalkulierst und ihn raushauen willst. Ich hätte da, ehrlich gesagt, wirklich Interesse dran. Ich auch an den Dark wie ein Duck-Figuren. Den guten, ich weiß gar nicht, wie er mit einem richtigen Namen heißt, aber Zodaks Zeitreisetor durften wir auch mal kurz kennenlernen. Zeitresor. Zeitresor. Zeitresor, du hast Zeitreisetor gesagt. Oh Gott, Zeitresor. Gut, dass du ihn nur in der Mitte setzt. Zeitresor, echt? Ja? Okay. Sorry. Auf jeden Fall, checkt auch mal seinen Kanal mit aus. Mit dir konnten wir auch ein bisschen Smalltalken. Und Grüße gehen raus an den Peter von Petendo, dem Kanal. Dem Kanal schlechthin, wenn ihr uns fragt. Genau. Und wir wissen, du warst sehr, sehr eingebunden, aber der eine oder andere Smalltalk war trotzdem drin. Wir hatten auch nette Gespräche gehabt mit dem Verkäufer von Retro-Spielzeugwelt. Genau. Darfst du dir auch nochmal... Habe ich nochmal einen guten Feierabend dir gemacht. Zeig ihn dir uns. Einfach mal in der Stelle. Klar, hau raus jetzt. Er hatte eine Menge Mask-Sachen da gehabt und auch eine Menge Dino-Riders. Und er hatte diesen schönen... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Egal. Der Saurier-Fachmann. Wir blenden ihn ein. Ich bewege meine Lippen und wir blenden das jetzt unten ein, wie der heißt. Ich lasse eine Frau dich dann synchronisieren. Echt? Du sagst den Namen und dann eine Frauenstimme spricht dann aber in dem Moment. Oh, nicht schlimm. Fällt keinem auf. Oder so ein... Na, egal. Alex kann keine Menge stimmen. Insofern passt das schon. Der stand da für... Was war der? 60 Euro? Ne, 65, glaube ich. Es war noch mehr. Es war schon Tendenz Richtung 70. Genau. Und aber im Online-Shop hat er den für fast 70 gehabt. Und ich bin da drum herum geschlichen. Also wir sind praktisch gleich am Anfang da hingegangen. Ich habe gesagt, hier, auf den habe ich ein Auge. Pack den mal ein bisschen weg. Und ich habe das im Hinterkopf. Und wo er dann nach, weiß nicht, nach mindestens zwei Stunden... Da ging Ende. Da war Abbauzeit. Dann hieß es Rauschmeißerpreis. Genau, genau. Also ich bin da nochmal hingegangen und wollte Bescheid sagen, dass es wahrscheinlich ja nicht der wird, weil ich mir was anderes noch gekauft hatte. Und dann meinte er so im Winter, ey, komm, für dich 50 Euro. Und ich so, ah gut, 50 Euro kann ich nicht Nein sagen. Mitgenommen. Tipptopp. Guter Zustand. Also sehr, sehr guter Zustand. Alles funktioniert. Noch ein bisschen Zubehör dazu. Also hat mich mega gefreut, weil ich ihn echt cool finde. Geiles Teil. Also vielen, vielen Dank nochmal für diesen wunderschönen Feierabend-Deal. Er wollte ja auch nicht mit seinem vollen Auto nach Hause fahren. Insofern. Die sind ja auch schwer, die Saurier, schwer zu handeln im Transporter. Oder, Alex? Ja. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben natürlich auch wieder an unsere, ich sag jetzt mal, collect-to-even Mitstreiter gedacht. Nämlich den Martin Otto. Wir nennen ihn auch den Bootleg-König. Ja. Und wir haben immer ab und zu so Bilder geschickt von irgendwelchen skurrilen Figuren. Und dann meinte er so, ja, hier der eine mit den losen. Ja, der ohne Beine. Der ohne Beine. Nimm die Kuh einen Namen. Genau, der ohne Beine. Nicht die mit dem roten Halsband, sondern der ohne Beine. Genau. Und dann haben wir ihm hier so einen Ninja-Elfen gekauft. Und er meinte so, wir haben gesagt, also die Beine sind lose. Und naja, das ist völlig egal. Es geht ihm nur um die olle Rüstung. Und die ist wirklich noch tipptopp in Schuss. Und ja, dann haben wir den gekriegt für 10 Euro. Mitgenommen. Die Beine haben wir da zugekriegt. Er meinte so, er wird es reparieren. Sind ja mit diesen Gummis, ne Alex? Es ist auch der einzige Elf, den ich kenne, der Koteletten hat. Ja, das ist so ein Elvis-Elf-Verschnitt. Naja, wie auch immer. Ja, geiles Teil für Martin Otto. Und wir waren auch nicht alleine da. Wir hatten ihn dabei. Das Original. Den einzigen Waren. Bei der Macht von Greyskull. Ich habe die Waren. Wir hatten He-Man Sven mit dabei. Im Gepäck. Nein, er ist natürlich mit seinem eigenen Auto angereist. Und wir hatten vorher eine nette Tour noch zum Kuschelmuschel. Das hat jetzt nichts mit der Los Amigos zu tun. Aber wir sind dann zusammen zur Los Amigos gefahren nach Hanau. Und dort sind wir mit dem Sven auch noch ein bisschen eskaliert. Deswegen grüße ich nochmal raus an der Stelle an den guten Sven. Und was wir euch in diesem Zusammenhang gerne noch mit auf den Weg geben wollen. Der gute Sven hat jetzt wirklich Monate Fleiß, Schweiß und vor allem jede Menge Zeit in seine eigene Homepage gesteckt. Er hat nämlich, wie ich finde, die größte, zumindest in Europa, und ausführlichste He-Man The New Adventures Fan-Seite. Einfach mal auschecken. He-Man-Na.de. Da gelangt ihr auf die Homepage von ihm. Sie wird jetzt, soweit ich weiß, nicht bei Google angezeigt. Also ihr müsst da wirklich explizit die Adresse eingeben. Wir verlinken es auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Klickt dann einfach drauf und dann landet ihr auf dieser Homepage. Und der Sven hat ja die für mich größte He-Man The New Adventures Sammlung, die ich kenne. Der hat alles eigentlich. Also es gibt, glaube ich, nichts, was er nicht hat. Wir planen übrigens auch, den guten Sven mal zu besuchen, um eben diese Sammlung euch mal zu zeigen, das mit euch zu teilen. Nichtsdestotrotz hat er diese enorme Sammlung und seinen enormen Fundus an Wissen genutzt und hat jetzt eine eigene Homepage an den Start gebracht. Und da machen wir natürlich gerne Werbung für dich, Sven. Also checkt das aus, wenn ihr euch mit dieser Toyline mal wirklich schlau machen wollt, ist diese Homepage genau die richtige Adresse. Und der liebe gute Sven hat sich auch noch eine schöne Custom-Figur gekauft, wo wir auch schon Augen drauf geworfen haben. War ein sehr netter französischer Customizer da. Die Adresse blenden wir euch auf jeden Fall auch noch mit ein. Richtig gute Figuren. Und der hatte per 3D-Druck, hatte der alternative Accessoires, Köpfe, Arme und, ja, Accessoires, ja genau, Zubehöre oder Waffen gestaltet für die Motu Origins Figuren. Und da gab es zum Beispiel auch den Arnold Schwarzenegger als Conan-Version. Genau. Richtig geil war auch Blackstar und Overlord. Also die könnt ihr euch zusammenbauen, mittels eben dieser Parts, die ihr da vertreibt. Overlord wird bei mir einzig. Wir werden da definitiv nochmal bestellen und das war schon echt beeindruckend. Und der gute Sven hat sich dann eben diesen Conan da gekauft, zumindest die Parts, die er braucht. Aber du hast dir auch noch etwas gekauft. Was Kleines. Was Kleines, ne? Zeigt, so klein ist es ja eigentlich nicht. Gruß geht nochmal raus an Andi, seinem Bruder. Die haben mir den zum Mitnahmepreis gemeldet, für dich 20 Euro. Und einen schönen Extreme Dinosaurs, der noch in einem super geilen Zustand ist. Der ist halt, an den Zähnen ist der noch tipptopp, weiße Zähne, kein Farbabrieb, gar nichts. Der hat ein paar Stellen halt, wo ein bisschen Farbe dran ist. Irgendwie die habe ich irgendwie nicht abgekriegt. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich im Produktionsprozess so gewesen sein. Aber gut, der hat jetzt kein Zubehör. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Weil das sind die klassischen Extreme Dinosaurs-Figuren. Und den Stego, finde ich, fand ich immer schon geil. Also sehr, sehr cool. Seit dem Review von Patrick, genau. Was wir gemacht haben. Den Stego finde ich geil und den T-Bone. Und ja, der musste ich mitnehmen. Der stand da ganz alleine rum. Eingepackt. Also vielen, vielen Dank nochmal an Andis Bruder für den geilen, geilen Stego hier. Abschließend bleibt also zu sagen, auch wenn wir da nicht ausführlich jetzt irgendwie gedreht haben und dergleichen. Die Los Amigos ist eine hammergeile Convention. Wir hoffen, es geht stetig bergauf. Wir hatten den Eindruck, dieses Jahr waren wesentlich mehr Leute da. Es war generell wesentlich mehr los. Es ist wie eine große Familie. Deswegen fühlt euch alle gegrüßt, die ihr dieses Video seht und die auf der Convention auch gewesen sind. Beim nächsten Mal sind wir definitiv auch wieder mit dabei. Dann auch wieder mit Kamera, denke ich mal. Ich kann nur sagen, dass eigentlich die Community dazu beigetragen hat, dass ich einen wirklich schönen Geburtstag hatte. Und danke nochmal an der Stelle an alle, die uns angesprochen haben, die mit uns ins Gespräch gekommen sind. Danke an die Macher der Los Amigos, die das alles erst möglich gemacht haben. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Sommer 2022. Das war's mit Spielzeugjäger und bis zum nächsten Mal. Das war's jetzt wirklich? Das war's. Spielzeugjäger hört jetzt auf. Sommer. Das nicht, aber die Folge hört auf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.